Und der Run geht los. Willkommen zu Eat Girl. Ein Spiel, das sich an Pac-Man orientiert. So kann ich jetzt schon mal verraten. Na, das wird dann interessant. Ja. So. Ich denke, du bist bereit, zu gehen. Ja. Okay, lasst uns in 3, 2, 1. Lass uns gleich losgehen. Jawoll. Willkommen zu Eat Girl. Wir sehen schon, unser Protagonist ist diese Scherer oder was auch immer. Es gibt diese Oberwelt. Und diese Oberwelt geht es halt in verschiedene Level. Das ist jetzt Lonely Soul. Und wir müssen halt alle Pillen aufessen. Und es gibt halt Pillen und schließlich Farbe. Und die tauchen immer erst dann auf, wenn man eine Farbe zu Ende gegessen hat. Und wir sehen auch, es gibt diese Monster, die halt den Weg blockieren. Jetzt bricht der Boden quasi weg. Und wir gehen nach unten. Und gehen nach Unearthed. Unearthed. Ja, das Spiel ist minimalistisch. Aber es macht was sehr. Wir können diese Holzbarrieren einfach durchstoßen. Wir sind ja eine Schere oder so. Und gleichzeitig muss unsere Spielfigur aufpassen, nicht mit den Monstern zusammenzustoßen. Was passiert, wenn wir zusammenzustoßen? Brauer weh. Und wir dürfen von vorne anfangen. Das Level aber nur. Ja. Okay, er hat jetzt eben versucht, perfekte Orange zu kriegen. Also, wie die Monster halt platziert sind. Deshalb hat er den Stage immer wieder kurz vor sich neu gestartet. Ja, ja, ja. Und die Monster wären halt aggro, wenn sie ihn sehen, da von vorne. Das war Anarchy. Das Problem war auch noch, dass da halt eine Pille in einer Ecke lag. Und er die noch aufheben, aufsammeln musste. Hat er schon wieder eine Pille vergessen? Ah, nee, das war so bewusst, weil da der Ausgang ist. Hot Pursuit. Hi, oje, oje. Ja, also, wir sehen hier neue Monster. Monster, die schießen. Und die Pillen tauchen natürlich so auf, dass, ja, wir aufpassen müssen, nicht getroffen zu werden. Vor allen Dingen, weil diese Monster gerne mal explodieren, aber es ist auch warm. Warm Food. Hier müssen wir halt aufpassen. Die Monster sind halt... Die kriechen zwar langsam, aber sie kriechen. Und sie kriechen so langsam, dass wir nicht zu schnell sein dürfen. Das sieht gut aus. Langsamer Gegner, das ist ja schrecklich für einen Speedrunner. Ja. Kann ich jetzt nicht so ad hoc sagen, ich muss noch zählen. Also, wenn ich das richtig gesehen hatte, hatte er am Anfang den Spielstand gezeigt, wo komplett stehen und es waren 32 Level. Ja, das kann ruhig sein. Also, Cosmic Rhythm ist das jetzt. Ähm. Ja, diese pfeilartige Monster bewegen sich halt schnell hin und her. Und da mussten wir abwarten, bis der Ausgang groß genug ist. Das wird sich wiederholen. Äh, dass jetzt Stopp-Learnweiser als nächstes kommt. Aber es wird sich halt wiederholen, dass man halt, dass sich der Ausgang öffnet, aber man erst abwarten muss, bis er groß genug ist, um, ja, rauszukommen. Hier ist jetzt die Gemeinheit, wir müssen einerseits auf die langsame Würmer aufpassen, aber andererseits auch auf die Schüsse dieses, ähm, dieser Kreatur in der Mitte. Nennen wir sie Sonne. Okay. Es ist an Pac-Man orientiert. So, Micro-Life. Jetzt ist hier die Mischung, schneller Pfeil-Monster, langsame Wurm-Monster. Das wird schwierig. Und man sieht auch, wie er teilweise Pixel-perfekt im Melds-Moment abtaucht. Vor diesen Pfeilen. Also wirklich, da muss die Würmchen doch mitessen. Enthalten, viele Proteine. Ich glaube, er kriegt davon Auerweh. Aber so viele Proteine, wie die enthalten, ist es gesund. Power-Surge. Wir müssten diese Elektro-Fächer triggern, damit sie die Barrieren zerstören. Damit wir die restlichen Pillen aussammeln können. Und so kommen wir jetzt raus. Wieso er immer das Menü am Ende des Stages öffnet, weiß ich nicht. Vielleicht gibt er irgendwas damit. So, das ist... Greg One. Greg Nummer One. Eine Kreatur, die uns gerne zum Fressen hat. Die sich schnell bewegt. Über... Plattformen hinweg. Wollt euch auf diese Kreatur, wir werden öfters begegnen. So, wir teleportieren jetzt hin und her. Zum Highway. Und hier ist die nächste Besonderheit. Das ist diese Teleporter-Gap. Der, äh, der, äh, der, äh, entsprechend... Werden wir uns hinterher teleportieren. Allerdings nicht nur wir, sondern auch die Gegner. Und gerade verliert der Runner Frames, habe ich so das Gefühl. Ja, das Gefühl hast nicht nur du. Aber es ist wenigstens schön, dass das Spiel anzeigt, wenn sich, äh, wenn dann ein Gegner auch teleportiert wird. Ja. Mit diesem... Ich nenne es jetzt mal Strahl oder diesen Partikeln. So, Transmission. Seporter nutzen. Und das Besondere hier ist, dass halt die... Schüsse auch teleportiert werden. Also, es ist halt die besondere Vielzahl. Also, man sieht, es ist richtig, was ist los, weil... Schüsse werden teleportiert, Gegner werden teleportiert. Und zurück. Penparts. Brieffreunde. Und auch hier, Monster und Schüsse werden teleportiert, was für ein nettes Chaos sorgen wird. Und es ist eines dieser Elektro-Viecher mit dabei. Großes Toberbo. Oh nein, ich weiß nicht, wieso das hier Eat Girl heißt, weil das sieht für mich nicht mädchenhaft aus. Oder Frame Drops. Ähm... Greg 2. Oh, na, den Waldfuhl, das ist... Äh, ja, also hier sieht man, dass nicht nur die Feinde teleportieren, auch das Spiel teleportiert. Und zwar so, dass es teilweise ein bisschen schwer ist, dem Spiel zu folgen, aber er hat's geschafft. Nächste Stage. Breakthrough. RNG, aber wir haben keine Ahnung, wie er funktioniert. Also, für uns, RNG. Ein neuer Feind taucht hier auf. Ähm... Er nennt an Mario, an diese Wallfiecher, die halt bei Sicht sofort aktiv werden. Und das haben wir eben auch ein bisschen genutzt, um die Barrieren zu zerstören. Assembly Line ist das nächste. Er ist so flott unterwegs. Haben wir bitte jemand, den wir er posten? Danke. Ähm... Hier müssen wir aufpassen, diese Gichter. 18.50, er ist sehr flott unterwegs. Er kommt gleich... Er hat nur noch zwei Level vor sich. Kommt's darauf an, wie viel Zeit hat ihn der eine totgekostet? Late Arrival? Das hab ich mir nicht notiert. Oh, jetzt haben wir eine Mario-Einspielung. Bombs. Ja, das ist das Finale von Greg. Äh, Greg. Arschloch. Du kostet uns Zeit. Aber okay, wir mussten eh auf dies. Ausgang war... Nein! Nein, 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 nein. Ja, also definitiv wird das jetzt nichts mehr mit mir. Unlucky. Sowas von unlucky. Im finalen Moment. Kurz bevor man im Ausgang ist. Ah. Das ist sowas von... Das ist frustrierend. Das ist frustrierend. Und ja, es wird kein VR werden. Escape. Kommt jetzt. Barriere zerstören und den Pillen folgen. Wir sind jetzt nicht mal in einem finalen... Wir sind jetzt nicht mal in einem fester Umrandung. Wir sind... Drei. 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 Wir folgen den Pillen. Sehen, wie die Feinde eingesperrt sind. Aber wir... ...sind frei. Folge den Pillen. Meine liebe Schere. Da hat er es nicht gerade perfekt geschafft, aber egal. Und das war EATGIRL 9.51. Fünf. Bad luck. Bad luck. Aber es war schön. Ja, definitiv. Was kleines, feines. Ja, also der erste Tod hat ein bisschen gekostet, aber er hat sich danach halt sehr gut bewegt. Hätte vielleicht ein VR erhören können, aber dann hat halt der... ...der Boss Zeit gekostet. So, I mean, thank you to everybody in the eco-community. Nein, Vini. Hi. Also ich bleib jetzt erstmal hier drin. Falls Sorge auftaucht, dann können wir immer noch wechseln. Ich starte mal ganz kurz meinen Rotern mal. Ja, ja, klar. Ist ja noch eine gute Zeit. Wurde die Frage von Mavi schon beantwortet? Games für vollblütige Anfänger? Ich fand mich gerade im Gespräch, deswegen musste ich euch immuten. Nein? Okay. Äh, gibt's ja... Ja, Mario Odyssey ist sehr beliebt. Und das ist auch, glaube ich, was für Einsteiger. Weil schnell zu lernen, einfach zu lernen, und ansonsten, ja, das, was dich jetzt interessiert. Das war Chuck. Das war...